hallo herzlich willkommen ich bin es mal wieder euer eikai und es gibt wieder einmal ein etwas kürzeres video heute geht es nämlich um das thema esem das ist bei mir gerade aktuell denn ich bin aus der schweiz gekommen und deswegen habe ich eine esem benutzt und ich möchte euch mit diesem video einen kleinen guide an die hand geben wo ich die meiner meinung nach wichtigsten fragen beantworte falls sie natürlich weitere fragen habt dann könnt ihr sie gerne auch in die kommentare stellen und ja fangen wir an was ist überhaupt eine esem die abkürzung esem steht für embedded subscriber identity module also im endeffekt ist es genau dasselbe wie eine sim karte nur dass die schon integriert ist in das jeweilige gerät also in die schaltkreise beziehungsweise die chips die dort vorhanden sind ihr benötigt also diese karte die man früher hatte nicht um als mobilfunk benutzer zugeordnet beziehungsweise erkannt zu werden wofür braucht man das ganze besonders bei kleineren geräten wie zum beispiel smartwatches ist das von vorteil da so eine echte sim karte zu viel platz wegnehmen würde beziehungsweise gar nicht erst reinpassen würde und somit man da eine menge platz sparen kann beziehungsweise wenn man eine sim karte wirklich gerade jetzt in dem moment braucht denn man kennt es normalerweise muss man dafür in einem store gehen um dann dort die zu bekommen beziehungsweise man muss zwei bis drei werktage warten bis man die per post zugeschickt bekommt das fällt in diesem fall weg man kann sofort beziehungsweise innerhalb von 30 minuten oder einer stunde sein gerät mit so einer sim karte dann benutzen wie schon gesagt ich war gerade im urlaub deswegen das ist bei mir aktuell gewesen ich habe das jetzt in der schweiz gebraucht denn in meinem o2 vertrag ist die schweiz nicht in der eu zone drin bei meinen kollegen beispielsweise bei seinem telekom vertrag war die schweiz in der eu zone drin das heißt er musste sich keine neue sim karte kaufen und deswegen habe ich mir eine zweite sim karte geholt welche geräte werden unterstützt die ersten geräte die das unterstützt haben sind circa 2015 rausgekommen wichtig ist hier zu sagen der fokus liegt natürlich hier auf solchen sachen wie smartwatches aber auch einige ich sag mal teurere oder hochpreisige smartphones haben das auch da muss man wirklich gezielt darauf achten dass es jetzt kein standard dass das wirklich jedes günstige telefon hat aber es werden natürlich immer mehr aber wie gesagt die wichtigsten reihen wie zum beispiel die iphones die samsung galaxy geräte beziehungsweise die google pixels haben das mittlerweile seit ein paar generationen auch wie kann man sich ein angebot reinholen im prinzip so wie bei den meisten anderen sachen auch man schaut auf preisvergleich seiten oder googelt ich habe es in meinem fall ganz einfach gemacht ich habe gegoogelt nach esem und schweiz weil mir das einfach so im kopf gekommen ist dass es das ja gibt die möglichkeit und ich habe geschaut was für preise gibt es habe geschaut wie viel datenvolumen es gibt habe da ein bisschen verglichen und habe natürlich geschaut ob es möglich ist den vertrag auch monatlich zu kündigen und da bin ich auf den anbieter frank gestoßen es ist jetzt keine werbung sondern das ist im prinzip der anbieter auf dem ich mich jetzt beziehe weil das zu dem zeitpunkt für mich das beste angebot war ich habe für zehn euro im monat sieben gigabyte bekommen installation und einstellung in der frank app ist das wirklich echt extrem einfach gewesen man meldet sich dort ganz normal an mit seinen persönlichen daten muss dann auch noch mal sein per so abscannen seit ein paar jahren ist das ja pflicht aufgrund vom datenschutz und dann muss man warten bis im prinzip die sim karte erstellt wird um diese dann zu installieren das hat jetzt bei mir circa eine halbe stunde gedauert und danach kann man auch schon direkt die sim karte benutzen und circa noch mal eine halbe stunde später hat dann auch die app verstanden dass ich eine sim karte benutze und konnte dann auch direkt sehen wie viel datenvolumen noch zur verfügung steht in euren smartphone beziehungsweise iphone einstellungen könnt ihr dann noch entscheiden welche eure primäre oder sekundäre sim karte dann sein soll worüber ihr welche daten benutzen wollt ob zum telefonieren beziehungsweise zum surfen genauso wie auch entscheiden könnt ob ihr daten roaming eingeschaltet haben wollt oder nicht wie annulliert man das ganze das ist natürlich auch in diesem fall einfach möglich wenn ihr fertig seid mit einem vertrag so wie ich ich bin jetzt wieder zurück in deutschland kann man den vertrag ganz normal in der app dann kündigen so wie es ja auch schon beschrieben worden ist und wenn ihr das dann gemacht habt dann entfernt ihr einfach in den mobilfunkeinstellungen diese zweite sim karte und danach seid ihr schon fertig ja das war mein video zu dem thema esen ich hoffe ich konnte euch mit diesem video helfen bei mir hat das alles reibungslos funktioniert und deswegen bin ich sehr zufrieden einerseits mit dem anbieter aber auch überhaupt mit der möglichkeit so eine esen zu benutzen ist es für mich wirklich sehr einfach weil ich kann im notfall hin und her switchen muss keine sim karte ausbauen das funktioniert alles digital deswegen dafür für mich war das die perfekte lösung für diese kurze zeit das war's für dieses video wir sehen uns das nächste mal macht's gut